Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei dieser Ausgabe Let's Play Battlefield. Und heute schauen wir uns den Rush-Modus als Verteidiger mal an. Auch immer ganz schön. Ich bin sogar der Squad-Leader, also von dem her, Jungs, wir wollen A-Verteidigen. Geht auch mit dem Panzer ganz gut. Bin aber gespannt, was der Gegner- und Gegner-Panzer so anstellt. Naja, so leicht mach ich's dir bestimmt auch nicht, hier den Punkt A zu holen. Junge, Junge, Junge. Ernsthaft? Beteilige ich halt so. Sehe ich auch den Punkt. Und die Kanone. Woher kam der? In der Regel, wo einer kommt, kommen mehrere. Jetzt hab ich ihn gesehen. Jetzt konnte ich ihn auch endlich mal markieren. Ja, wenn er sich so auf mich konzentriert, kann ich damit leben. So. Wir warten und warten und warten. Ja, wie gesagt, kann er ruhig hinten so passiv bleiben, der junge Mann. Also bitte, Jungs. So doch nicht. Oh, das könnte aber was werden. Was kommt denn da jetzt an? Da muss ich aufpassen. Der nimmt mir nämlich easy peasy raus. Jo, da kommt er rum. Nein, ich dachte, ich komm noch rum. Das gibt's doch alles nicht. Ach, ärgerlich. Aber der hätte auch noch ganze drei jetzt gebraucht. Man muss sagen, den muss man mit der Hauwitzer erwischen, weil sonst haben es die deutlich leichter. Vielleicht kann ich mir sogar die nächsten Panzer abstauben. Eigentlich sollten wir noch zwei davon haben. Wo ist denn der zweite? Ja, ich muss sagen, ich mag diesen FT-17 lieber als den großen. So, jetzt haben sie schon das erste Objective destroyed. Da kommen sie schon mit dem nächsten Fahrzeug an. Ich würde so gern pingeln und sagen, hier, Jungs, da drauf. Da haben wir einen Sniper. Spawning kann ich auch bei keinem. Außerdem doch, der ist gut. Ich geh jetzt. Düşmantanker, orada. Bomba geht. So, oh. Jetzt sind wir mal ganz kackend reist. Nein, 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 nein. Ich dachte mir, ich kann den jetzt holen und ganz schnell wegfahren damit und den dann reparieren. Ah, das wäre jetzt zu schön gewesen. Aber leider nicht. Aber wenigstens haben wir ihn disabled. Das ist ja schon mal was wert. Oder hatte jemand die Idee, die ich hatte? Das ist der Panzer. Eine super Idee war das. Auch wenn ich jetzt hier noch Beifahrer bin. Aber der fahrt mir zu weit weg. Ne, Junge. Wir müssen schon verteidigen. Musst du schon hier bleiben. Also so weit wegfahren ist als nicht so smart. Ich weiß aber auch nicht, wo er hin will. Vielleicht gibt es da was umsonst. So, der Sniper geht mir jetzt schon wieder auf den Keks. Ach Gott, nicht für mich interessieren, Jungs. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Einfach mal hier. Dachte ich, dich hat da einen gesehen, gell? Und man wird auch so ein bisschen paranoid natürlich irgendwann mal. Ich habe ihn gesehen und keiner sieht den. Ach Gott. Der hält unglaublich viel aus. Der Reiter. Aber in dem Fall, ich habe ihn sehen können. Konnte ihn dann auch noch killen. Aber hatte ich leider einen Scharfschützten hinter mir. Ne, ne, ein Medic war das. Mit einem vernünftigen Gewehr. Ah, jetzt haben sie auch noch wirklich noch den Punkt bekommen. Nicht schön. Ach Gott. Immer diese Medics, die da am Boden rumrobben. Jetzt gehe ich mal auf den Scout. Gerade den B-Scout oder B-Punkt kann man gut scouten. B-Scout. B-Scout. Die rennen jetzt auf A durch. Manchmal. Manchmal soll es auch einfach nicht sein. Und er kriegt mich da locker easy mit einem Schuss raus. Ärgerlich. Da will man am liebsten in die Tastatur beißen. Naja, mittlerweile können sie sich da natürlich... Ah, ist auch der viel leichter zu holende Punkt der beiden. Sehr schön. Haben sie nochmal verteidigt. Düşman tankı! Düşman tankı! Ah Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zuerst mal die richtige Distanz einstellen. Oh ja, der ist mal dickes weggeholt worden. Da hält man schon vor. Aber wenigstens kann ich es spotten. Das ist auch schon mal ein kleiner, aber feiner Punkt. Und... Ich habe ihn gesehen. Jetzt muss ich warten, bis ich hier... ...wieder ein bisschen frischer bin. Komm Junge, heil dich. Heil dich. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Bald bin ich Out of Amo, wenn ich so weitermache. Aber wenigstens spotten und ein bisschen teamdienlich spielen, das ist ja auch schon was wert. Also die Schüsse fliegen aber auch absolut nicht dahin, wo ich sie brauche. Ich dachte schon, das wäre einer von den Gegnern. Wäre auch eine dreiste Nummer gewesen. Also bitte, dein Ernst? So wolltest du es probieren? Wo ging denn der hin? Also der Panzer von denen ist sehr sinnlos. Muss man einfach mal sagen. Weil der bringt denen nichts, außer da hinten stehen. Also ist gut für uns, aber sehr schlecht für den Gegner. Jetzt haben sie dann doch... Also kaum war ich tot, holen sie sich den Punkt. Ach, das war zu knapp. Jetzt gehen wir. Neue Zielgeräusche. Tank. 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 So, endlich haben wir einen Panzer. Aber hinter dir kommt doch einer her. Mann, Panzer. Och Gott, ey. Also unser Panzerfahrer ist wohl der dämlichste Panzerfahrer, den man so haben kann. Da fährt hinter ihm ein Panzer her und er macht nichts dagegen. Und ich habe gerade einen Reiter rein reiten sehen. Das heißt, die werden jetzt auch hier gerade den Punkt gleich einnehmen. Also, das ist nicht smart, was die hier machen. Muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Weiter reitet durch, wie ihm beliebt. Jo, Gott sei Dank. So, erstmal bleibe ich jetzt hier stehen. Wenn da einer ankommt, dann haue ich ihn weg. Aber ich muss nur so ein bisschen, weil ich sehe ja so wenig. Deswegen muss ich ja so ein bisschen Scheps stehen, dass ich was sehe. Wir sind alle oben. Naja. Ich habe zwar einen wegnehmen können, aber der andere kommt dann ganz schnell ran, kann sich jetzt hier den Punkt holen. Das läuft nicht so, wie ich es mir vorstelle. Und trotzdem bin ich immer noch einer der Besten im Team. Warum spawne ich eigentlich immer bei dem einen, obwohl ich... Mal schauen, ob ich hochkomme. Okay. Oder der andere da snipet und ich denke, ich schaffe es noch durchzulaufen. Also, wenn man beschossen wird, sollte man vielleicht irgendwann mal doch dann reagieren und nicht einfach nur weiterlaufen. Das war jetzt eher so eine dümmliche Reaktion von mir. Mann, 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 das gibt es doch nicht. Aber ich kriege auch... Aber wir haben uns wenigstens den Punkt geholt. Aber ich würde gerne auf den Hügel da hoch. Der ist nämlich super. Und man sieht es ja, der Gegner schafft es ja auch da hoch zu kommen. Oh Gott, oh Gott. Dicker Panzer. Der ist nämlich sehr gut. Ich sehe das. Ich sehe das. Ich sehe das. Komm, Junge, schnell. Jo. Ich weiß nicht, was der da gemacht hat, aber auf jeden Fall konnte ich den rausnehmen und nur der oben hat den noch geholt. Aber sehr schöne Aktion dieses Mal. So soll es immer sein. Jetzt habe ich zwar einige Medics da oben mich rum gehabt, aber keiner, der mich da wiederholen wollte. Oh, Junge, bist du da oben, wo ich denke? Sehr gut gemacht. Und jetzt wird es hier schlechtes Wetter. Nein. Komm, Junge, mach ihn weg. Ach, und er holt den zweiten auch noch. Ach, das gibt es ja nicht. Das war... Also, ich bin doof vorgelaufen, aber dass mein Mate den da nicht runterholen kann, sehr, sehr, sehr schade. Scheinbar muss ich da spawnen. Okay. Da ist keiner, den ich sehe. Das Gewehr ist einfach sehr, sehr gut. Aber nicht, wenn man da volle Kanne geschossen wird. Aber ich könnte jetzt mit dem Pferd hochreiten. Das ist der nächste Plan. Weil dann brauche ich da nicht so lange dafür, wenn ich hoch will. Der Panzer ist mal wieder am Start. Ich brauche Granaten. Ich brauche Granaten. Aber ich habe ihn gut beschäftigt. Und man sieht einfach auch als Reiter, diese Granaten, wenn sie treffen, die machen so viel Schaden. Das ist sensationell. Und wie gesagt, der Tank nimmt sich da selbst aus dem Spiel in dem, was er da macht oder wie er das macht. Sehr kurios eher. Und bisher schaut die Runde wirklich gut für uns aus. Ach Gott! Der hat doch ein unverschämtes Glück. Die kann man so da hingucken und nicht sich auf den Spot orientieren. Die sind da so ein bisschen träge. Ja, endlich. Der war jetzt mal nötig, dass der da rausgeschossen wird. Und wie gesagt, es läuft genau das. Der Gegner ist viel zu faul, da die Punkte einzunehmen. Der will immer killen. Ich schaue mal, ob ich den Panzer nochmal finde. War eigentlich ganz lustig. Und ich glaube, da ist er auch. Ach, aber diesmal war er schneller. Diesmal hat er reagiert und da hat jemand sich umgesetzt. Und ja, was natürlich clever ist, das sieht man jetzt gerade ganz schön, dass die natürlich einen näheren Spawnpunkt da doch haben. Mit seiner Idee. Aber irgendwann muss man doch diesen dämlichen Panzer jetzt auch mal rausbekommen. Ist das scheinbar jetzt passiert, oder? Oder ist das noch ein Frack von einem... Ne, ist das scheinbar. Also, jetzt haben wir endlich mal den Panzer da raus. Wurde jetzt auch wirklich mal Zeit. So, Killersist, meine Freunde. Und jetzt wird die Runde hier auch gerade gewonnen. Ja, da hat einfach der Gegner das verkackt. Und wir haben es richtig schön geholt. Sehr feine Runde. Sehr schön verteidigt. So soll es sein. Haben ihn nur vier von zehn möglichen Punkten überlassen. Der Rest war in unserer Hand. Schauen wir mal, ob es lädt. Weil teilweise hat verpackt die End of Round noch. Und es sieht wieder so aus, als ob wir diese nicht sehen können. Schade darum, aber ich denke, wir haben hier eine schöne Runde gesehen. Und ich war irgendwo in den Top 3, 4, 5, so in der Art. Also, haben wir so gut gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald, euer Alcaramba.